Ich bin irgendwie traurig. Ich habe gar keine Kuscheltiere mehr. Gut, dass wir hier sind. Hey, Daniel, lang nicht mehr gesehen. Es ist wieder Zeit und du weißt, was das heißt. Kraul den Pupu, oh ja. Ich komme gleich zurück, aber zuerst brauche ich ein neues Kuscheltier. Guck mal die Giraffe. Komm her, du bist es. Jetzt aber schnell weiter. Ich will die Haupttierfütterung nicht verpassen. Okay, ich bin soweit. Wir können loslegen. Hallo, how are you? I am under the water. Round two, fight. Hey, fall in die Fresse. Aua, aua. Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Das war aufregend. Ich gehe jetzt noch kurz meinem alten Freund Hasi guten Tag sagen. Hey, wie geht's dir? Ich habe dich vermisst. Ich gebe dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Hasi war ganz gut, meinst du mir? Kannst du mal bitte reden? Ich fahre jetzt nach Hause und wenn du wissen willst, ob ich mich mit Hasi wieder vertrage, musst du mir...